An deiner Stelle würde ich mir um Bärchens Nervensorgen machen. Ist ein bisschen Reiz bei der Gute heute. Ja, weil du so aggressiv bist. Kommst du mit deiner Laune rein? Hey, meine Laune ist super. Na, Glückwunsch. Du hast es wieder geschafft. Was ist denn los? Ist doch sonst nicht so. Ja, war's wohl. Sie sind sieben heute. Hättest du mir mal vorher sagen können. Bis ich es unseren Frauen verstehe. Bis zum nächsten Mal. 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 Du bist auf einmal ganz anders drauf. Du hast es immer noch nicht verstanden. Oder? Nein, du hast es nicht verstanden. Du tust mir leid. Hätte ich denn einen Mann für eine Jüngere verlassen oder was? Du warst eine Wette. Du kleine Büchser. Bis zum nächsten Mal. Das ist wieder vorne. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020